Sie wollten was sagen? Ich wollte sagen, dann sind wir zu zweit. Ich habe eine Pistole auf Ihre Eier gerichtet, seit Sie hier sitzen. Und ab jetzt sind wir zu dritt. Und auf die Entfernung bin ich ein richtiger Frederik Zoller. Scheint mir ein bisschen heikel zu sein, unsere Hacke. Was jetzt passieren wird, Sturm-Bahn-Führer. Sie werden aufstehen und mit uns durch diese Tür hinausgehen. Nein, 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 das glaube ich nicht. Ich glaube, Sie und ich, wir beide wissen, Haupt-Sturm-Führer, dass egal, was mit den anderen Leuten hier in diesem Raum passiert, wir zwei nirgendwo hingehen. Das ist wirklich schade um Oberfeldwebel Wilhelm und seine berühmten Freunde. Falls einer von euch vorhat, am Leben zu bleiben, werdet ihr sie auch erschießen lassen. Sieht so aus, als ob Klein Max, als Weiser aufnächst. Wie traurig. Well, if this is it, old boy, I hope you don't mind if I go out speaking to kings. By all means, Captain. There's a special rung in hell without the people who waste good scotch. Seeing as I may be rapping in the door momentarily. I must say, damn good stuff, sir. Now, about this pickle we find ourselves in. It would appear there's only one thing left you to do. And what would that be? Stick this. Say our feet is into your Nazi boss. Because I wouldn't know why you had to choose to. I wouldn't do it. I'd 그리고 to avoid items like this. Vielen Dank.